Mich hat tatsächlich jetzt um diese Jahreszeit irgendwas die Nacht gestochen, weil es ist kein Pickel, das fühlt sich an daran. Mano! Und ich will übrigens meine Lashes ausfallen lassen und vielleicht mache ich dann ein Lifting, weil irgendwie habe ich da mal Lust auf so einen neuen Look. Ich habe die Wimpern jetzt schon so mega lange und deswegen glaube ich, es ist mal Zeit für was Neues. Ich glaube, das wäre gut. Hier immer eine stehen, zusammen mit Blumen. Und da es die in so vielen verschiedenen Farben und Gerüchen gibt, sieht das so wunderschön aus. Man kann das immer anpassen. Und das hier ist jetzt die Scandinavia. Ja, und die riecht so nach, ich wollte gerade sagen nach Grün, aber das wäre zu einfach. Es riecht so unglaublich gut. Ich schreibe euch hier mal ganz genau hin, was enthalten ist. Und ihr bekommt natürlich Prozente und da könnt ihr jetzt hoch swipen. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.